Die Sendung wurde live untertitelt. Vielleicht wird sie es ja auch wieder, wenn sie kein Teenager mehr ist. Wenn es diesem Pferd in ein paar Tagen nicht besser geht, muss es weg. Mr. Kenton, bitte tun Sie das nicht. Manchmal muss man Dinge im Leben einfach lernen loszulassen, verstehst du? Du wirst wieder gesund werden. Dieses Pferd ist was ganz Besonderes. Was soll an diesem Pferd besonders sein? Es hat etwas besonders Magisches an sich. Ich würde mir wünschen, dass Amanda Misty beim Francis-Will-Turnier reitet. Wenn sie das Turnier verliert, würde ihr das wehtun, ganz bestimmt. Sie hat eine Chance verdient. Sie ist stärker als du denkst. Lass sie reiten. Du kannst nicht immer nur an andere denken. Denk an dich selbst. Dieses kleine Mädchen hat mehr drauf, als ich gedacht habe. Es ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Hauptsache, wir haben Spaß. Dieses Mädchen hat ein Herz aus Stahl. Ein Herz aus Gold trifft es besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. woman